Nanaya Merupis, Badtheke Heute Abend an der Badtheke spricht mich eine junge Frau an. Sind Sie traurig? Ja, antworte ich. Ich habe es Ihnen angemerkt. Es muss etwas sehr Trauriges passiert sein, sagt sie, will aber die Gründe nicht wissen. Ja, sage ich. Als sie geht, bin ich schon weniger traurig, da sie meine Traurigkeit gesehen, gefühlt und mitgefühlt hat im zwielichtigen Strudel dieses Abends. Nanaya Merupis, Badtheke Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch Lebenslichtspuren Ein Buch, das ein Geheimnis enthält Zu erwerben beim Engelsdorfer Verlag Lass die Angeh mustet Aus dem Buch Alles das Ding ist